Am vergangenen Mittwoch hatte das DFB-Pokalspiel zwischen dem ersten FC Saarbrücken und Borussia Mönchengladbach für Patrick Herrmann eine besondere Bedeutung. Der im saarländischen Uchtelfangen geborene Herrmann begann seine fußballerische Laufbahn in den Jugendmannschaften von Saarbrücken, bevor er 2008 im Alter von 17 Jahren zu Borussia wechselte. Jetzt, mit 32 Jahren, kehrt er als Spieler für den Verein, für den er in seiner Jugend gespielt hat, in seine Heimat zurück. Das Pokalspiel war für Herrmann eine Gelegenheit, seine Wurzeln neu zu entdecken und diesen Moment mit Freunden und Familie in der Region zu teilen. Trotz der Niederlage der Borussia drückte Herrmann seine Freude über die Rückkehr ins Saarland aus und bezeichnete die Rückkehr als eine lohnende Erfahrung. Im Interview mit Sky teilte er seine Zuneigung zur Region und die Bedeutung des emotionalen Moments. Obwohl er zugab, dass er seine Heimat heutzutage seltener besuche, betonte Herrmann, wie sehr er seine Wurzeln und die Unterstützung seiner Familie schätze. Angesprochen auf eine mögliche langfristige Rückkehr nach Saarbrücken, zumal sein Vertrag bei der Borussia im Sommer ausläuft, äußerte sich Herrmann zurückhaltend und gab an, dass er sich derzeit auf seine aktuelle Situation konzentriere. Er äußerte sich jedoch bewegend zu seiner Verbundenheit mit Borussia Mönchengladbach und beschrieb die Stadt als seine zweite Heimat. Herrmann brachte seine Liebe zum Verein zum Ausdruck und betonte, dass er und seine Familie sich in der Stadt äußerst wohl fühlen. Seine Worte spiegeln eine tiefe Verbundenheit mit dem Verein wider, bei dem er fast 16 Jahre seiner Karriere verbrachte. Mit diesem aufrichtigen Bekenntnis beweist Patrick Herrmann nicht nur sein Engagement für Borussia Mönchengladbach, sondern erwärmt auch die Herzen der Fans, die die Liebe und das Engagement des Spielers für den Verein durchaus zu schätzen wissen. Jetzt können die Fans nur hoffen und Herrmann auf seinem Weg unterstützen, wie auch immer er aussehen mag, in dem Wissen, dass sein Herz immer bei Borussia ist und bleiben wird. Fäminang. Was halten Sie von den Aussagen von Patrick Herrmann über seine Liebe zu Borussia Mönchengladbach? Hinterlassen Sie Ihre Kommentare und teilen Sie Ihre Gedanken zu dieser aufregenden Verbindung zwischen dem Spieler und dem Verein, den wir alle lieben.